Willkommen meine Freunde! Alter, was machen wir heute für ein neues Video? Alter, Bruderherz, was heute geplant ist oder was heute auf dem Plansch jetzt ist, gehen wir zur Seite. Sorry. Ein Elfmeter, ein Freistoß und einmal 1 gegen 1 gegen den Torwart. Jeder hat drei Versuche, wer aber alles reinhaut. So ein Anaconda, aber wer verkackt, Bruder? So, wir starten auch direkt mit eurem Goat Harpland. Mal gucken, was alles heute reingeht. Das sehen wir jetzt. Jetzt ist es 1 gegen 1. Was macht der? Schade. Ach ja, darf er noch. Stark, komm, dritter Ball. What is the dog doing? Man, he is a mess. What the dog doing? Schade. Jetzt ist der Brecher dran. Mach den. Da geht doch 돈. Ach du. A hija. Ach du. Ach du. Wollahi, du finies. Die anderen haben verkackt. Jetzt 3 Tote. Jetzt hätte er seine Mutter beleidigt. Einfach Bomben legt er, der Bruder. Hört ja zu viel. Jetzt der Longshot-Junger. Schade. Wichtig. Macht er ihn? Eins gegen eins. Ja. What the hell is this? Sauberes Ding. Macht er daraus Messie Mess. Wallah, Skandal dieses Tor. Boah, Schade. Macht er ihn sicher. Jetzt eins gegen eins. Stark, jetzt den Longshot. Nice. Kabel und eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze. Ich glaube heute noch keinen gemacht leider. Sauberes Ding. 2-2-2. Jeder 2. Macht er auch. Sieht dann alle vorbei. 3-2. Machst du den? Ja. Super. Der Brescher heute in Topform. Stark. 3-5. 3-5. 4-5. Und jetzt noch Ruhe geballt. Alle. Unser armer Badko. Eiskalt reingehauen. Eiskalt reingehauen. Boah. Komm Badko, ich klopp an dich. Der macht ihn nicht rein. Da der Mann hinter der Kamera und ich punktgleich sind, machen wir jetzt einen leichten letzten Durchgang. Ja, letzten Durchgang. Und wer jetzt gewinnt, darf den Verlierer sein Geld versorgen. Ich sag euch ehrlich so, ich versuche zu gewinnen, aber das Wichtigste ist, dass ich kein Arschwätzchen bekomme. Fertig. Boah. Torwart. Super. Super. Das ist für die Highlights. 2. 1 gegen 1. Warum sagt er, dass du dich verliebt und eine Arschwätzchen bekommst? Ich hab leider keinen getroffen, aber so, ich hab ja gesagt, kein Druck. Man kriegt keinen Arschwätzchen. Boah, bitte komm, mach den rein. Partner, sei mal kein Nummer. Gewinnt? Für Amen, nicht für mich. Weiß euch mal, aber wenn Harpland den fetzig... Alter. Ich hab verkackt. Der Mann hinter der Kamera hat verkackt. Vielleicht haben wir jetzt auch für extra gemacht. 2 bodenlose Durchgänge, aber jetzt... Jetzt kommt der letzte... Mach den, der Brecher. Komm, das 1 gegen 1. Macht jetzt den Messi? Versucht sein. 5 der, 6 der Messi. Erst hat er verkackt. Boah, Junge. Boah, Junge. Boah, Junge. Was ne Bude. Klapp. Klapp. Ich mach jetzt 3 von 3. Ich sag's jetzt zum Suppen, Mann, aber ich mach jetzt wirklich. 3 von 3. Auf gesehen. Ich hab jetzt auch langsam Bock zu sehen, wie der Arschwätzen bekommt. Zeig dir ehrlich so. Das ist eine Suppe in dem Winkel. Da war super schön. Jetzt 1 gegen 1. Eiskalt. So, meine Freunde, sieht ein Sieger aus. So sieht ein Sieger aus, meine Freunde. 2 gegen 1. 3. Es kommt. Ender der Challenge. Der Sieger steht fest. Also stopp, bevor der Sieger hier feststeht, müssen wir hier ins Video nehmen, dass wir einen St우를 hatten. Wir zwei. Wir hatten beide 5 Punkte, der Sieger war ja Torrez. 7 zu 6 da noch umstechen. Jetzt kommt unser Verlierter mit 4 Punkten. 4 Punkte. 4 Punkte. Der sagt, dieser Mann, dieser Mann. Das liegt von diesem Mann. Warte, zeig der Kamera, was passiert. Geil, ich freue mich. Bruder, vergiss nicht, wer dir Brot gegeben hat. Eamon, letzte Worte, Hartland. Um hier alles zu entscheiden. Ey, bitte, bitte, er trifft. Bitte, er trifft. Get to the list, bitte, mach ihn. Ja! Ich späte fünfmal am Tag, damit ich sowas krieg. Ja! Wohin? 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 Schick und abonniert bitte. Bitte.